Haller Leite und willkommen zu der weiteren Folge Let's Play Together Day Z Heute sind bin ich nicht allein mit dem Soji Alter glich mir nicht wieder runter Und zwar sind wir heute alle vom Game of War Play Team mit am Start bei Skowtahuto Ja und so und zwar mit am Start ist der Droni Also ja Macht einfach weh durch Ja äh kein ich krieg's ja für dich der Kübel, der Tichel, der Soji, der ich und Ah ne der Huso fehlt verdammt der Huso fehlt Also entweder ist das ein Kriecher, Zombie oder es ist ein Spieler Hä wo Schieße ihn nieder Wir sind auf nem Server mit 27 Leuten da kann es schon mal sein dass hier ein Spieler rumkriegt Der schaut aber eher aus wie ein Armeemann also schätze ich dass das jetzt ein Zombie ist Aber der ist schon von Anfang an gekrochen also Es kommt mir ein bisschen spanisch vor Es gibt Kriecherzombie Noch mal zu mir nach vorne Ich bin wirklich gewagt mir's zu holen Ich meine aber es gibt geileres als den Multiplayer einen mit nem Tomahawk niederzuknüppeln In Assassin's Creed er einen mit nem Tomahawk niederknüppelt Ne ne es kommt hier viel cooler weil er ist Äh ich schaust aus Howdy wie Bein gebrochen und ich kann nur grüßen Äh kannst du mir mit ner Sniper Deckung geben dass ich da das Zeug ausräume und dir versuchen Ja aber ihr habt schon Sniper und so Ich hab ne Sniper ja auch Ja das habe ich Das habe ich für ihn fünf Folgen oder so rumgeschleppt Ja Wie viel zahlen spielst du wozu in der Region lebt Leben? Oh mein höchstes war Bei mir bist du instant runtergeklatscht Du bist runtergeklatscht Mir bist du runtergefallen gerade Bei mir bist du runtergeklatscht Aber ich seh so ja ich So was willst du looten ach da die Zelte ja Ja Gut ich werd ich hab die in Alter das ist viel zu nah gesumt Okay Oh viel viel Segner Ähm Siehst du mich? Warte ich sehe dich Warte ich bin gleich da Jetzt habe ich Mörder Heli dann letzte Stunde hat geschlagen Nee bei mir hängst du rein Alter Ob ich gemeintes Leute ist es gemeintes wenn man Mörderschlag auch nicht Äh äh nimmst du schon auf? Ja Gut finde ich gut Ich hab dich im Visier keine Sorge Ja nicht dass du jetzt abdrückst Nee nee Hey darf ich schon noch was sagen? Ja Das hätte ich ja grad sehen müssen Ich bin grad ähm mit diesem Bei BF3 mit diesem Na wie heißt ich ne kleine Wagen Und Sieb? Ja hab ich mit dem Schieb immer rumgefahren Und bin an der Felskanne hängen geblieben Und hab einen Saldo gemacht Und dann hab mich in der Luft explodiert Das ist einfach scheiße aus Ja der Huse fehlt heute doch Also zum Fall fast alle da Aber es reicht wenigstens Wie wenigstens sind wir heute alle Also fast alle Noll Ich Ramek mit Flashlight Die wechsle ich jetzt mal einfach aus Gegen meine Lianfield Sorry Ähm aber Ich glaub das muss sein Weil dann hab ich ne Waffe für die Nacht Uff Toni kann man eigentlich wenn man in Battlefield 3 liegt Und anisiert sich bewegen Ja Boah das ist ja scheiße Melophona kann sich nicht bewegen Ist viel realer So ja die äh das haben wir ja nicht gesagt Die sind hier auch noch am Start Die ganzen verrückten Störter Menschen Huren Kinder Was weiß ich so Hier liegt noch ne AKM Oh ist das bei euch irgendwie immer beruhig Und der seid ja Jetzt noch Alter Oder was krieg ich alles mit Schleif Äh Heidi wie schaut's bei dir eigentlich aus hast du einen größeren Rucksack oder Ich hab Ne ich hab noch das ganz stichständig standard hab ich nur Das ist ein Standort Weil hier liegt ne AKM und die Frage ist was Ich hab jetzt ne Ding ist mit Flashlight und ne Scheiße da steht tatsächlich einer im Zelt Hä wie Hä wie Ein Spieler oder ein Zombie Und dahinter ist ein Toner Spieler Hahaha Wahnsinn Lauf dahin Und ich versuch den wenn ich den Zombie sehe werde ich den abschießen ne Oh fuck Alter ich hoffe den kommen dann nicht alle zu dir Boah hab ich Hat mich einer gesehen Da lässt man dich für zwei Sekunden aus den Augen und schon da Da bist du eh nicht Au Au Ey guck mal ob die Umgebung und mir ob nicht auf einmal irgendwas los rennt Es rennt was los oder Oh ich seh nichts Oh 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 Scheiße Jetzt sind wir zum Beispiel in einer kritischen Situation ne Naja nicht unbedingt Ja Zombie sag mir nicht du kommst Sag mir nicht du kommst die Leiter hochgeklettert Pfff Pfff Alter So Risky Let's drink some Risky Risky I'm feeling frisky Autsch Naja da hab ich mich wohl selbst zu Ne kommt das nicht oder Ne Ne Einfach mal Ich hab jetzt Scheiße Ähm Heute ich hab jetzt ne Waffe mit Flashlight Aber ich kann Ganz kurz wahr Okay okay kannst du zählen Ne Waffe mit Flashlight aber für die hab ich nur eine Mission Also jetzt könnte ich entweder die Lee Enfield weiter mitnehmen oder ne AK die verdammt Lee Enfield lohnt sich auf jeden Fall mehr weil davon hast du 4 oder 5 Mark Ah Das Spiel Nein Ein Zombie Aber Menschen ich frage mich immer noch wie kann man sich in Benfekt 3 Uhr hart vercampen Ja Und frage mich Hallo du Camper was machst du denn da Oh da war ja was na Da gab's so ein geiles Lied Ah So ich warte jetzt bis es fertig ist War da nicht grad ein Spieler Hast ne Frau Nein ihm nicht Es sah so aus als wenn Aber der ist aber immer weggespawn Ich weiß nicht ob der jetzt Connector ist oder 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 Scheiße Bitte behalte sie das ganze im Auge ja Oh und doch sind auch mein Feiertel auf Platz 1 Du bist beim Zelt noch ne Äh ich bin jetzt Ja ich bin noch bei diesen Komischen Kasernen Dingern Was halt wo da wieder geschmierter geschossen hat War die äh Ähm mit ähm Max hast du Du hast auch gesagt du hast jetzt Dingens ähm Was Borderlands 2 Ja auf eSports Ach Junge Mein Rechner und Borderlands 2 Wovon treibst du ja Das wär eigentlich mal ne Idee ne Dass die Entwickler mal das machen würden Dass man von Xbox auch ähm Dass man auch mit Rechner äh Das versuchen sie schon bei BF3 Kriegen sie aber nicht hin Nein 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 bei BF3 haben es glaube ich abgeblasen Kriegen sie hin und zwar PS3 und PC wollen sie das Spiel koppeln Ähm Auf PC ist das ein Raumschiff so monat oder so gesehen und du kannst halt die PS3 leider anheuern Ach ja nein Ähm ich weiß wie das läuft ähm Ähm also am PC ist Da ist ein fetter Zombie Was für einer? Einer der sein Zelt bewacht aber jetzt ist er gespawnt Ich geh da jetzt mal rein Ich hab die aber nicht mehr im Visier ne? Das find ich scheiße Ne weil da sind so viele Bäume und Sträucher vor und so Ich hab jetzt 5 Magazine für meine AK Wenn du mal überlegst am Anfang hatte ich überhaupt keins Äh Oh Wie das grad hier irgendwie neue Zombies spawnt und so Mach mich voll fertig Ja die laufen Es laufen paar Zombies Richtung dieses Wie geht's deinen Knochen immer noch gebrochen? Gebrochen ich weiß gar nicht wie das ist ob das von alleine auffert oder Ich hab gehört das heilt nicht Wenn das ähm Vor allem wie das grad ging Wie geht's deinen Knochen da dachte ich ja mein das in real ähm 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 Alter Oh ne Scheiß ne bei Borland 2 ihr wollt niemals mit mir fahren ist sein ihr wollt sterben Ist dann auch tun heiles Ne ist kaputt So ein schlechter Fahrer Ne ich bin ich ein schlechter Fahrer ich bin nur so ein Typ der nicht anständig fahren will Einer hier liegen so viele AKS Dinger rum Ich könnte zwei jetzt welche mitnehmen im Rucksack aber Der Tee ist für Borland 2 überhaupt schon durch Ich? Ähm Suchi ist schon bei der zweiten Kampagne ich noch nicht Ich hab Borland 2 noch nicht mal Na gut einmal ein bisschen angespielt aber bin ich Bis die ihm gesagt hat nö wir geben es dir nicht mehr Die haben es dir einfach genommen sagen wir es so Genau Ich hab jetzt zwar drauf angewechselt Ist es immer noch in Verarbeitung? Ja Was hast du dir vom Kee geholt? Was hast du dir vom Kee geholt? Nein nein den deutschen normalen Äh ich hab hier ne G17 rumliegen soll ich mitnehmen? Hast du Munizien dafür? Das ist die Frage Ne deswegen das ist statt der Marker auf wenn er das Da war der Laden äh war der wo du bestellt hast wie du es aus Es war Ebay Es war Ebay Es war Ebay Und was ist das so? Nein ich hab schon so viel Keys bei Ebay gekauft die wären alle in Ordnung Was heißt der BF3 russischen Ja Sonic Generations habe ich ja da gekauft Aber auch kein russischen Aber auch kein russischen Gibt es ja glaube ich nicht Russisches Sonic Russisches Sonic Russisches Sonic Russisches Sonic Russisches Sonic Russisches Äh ihr könnt alle kein russischer Ähm Hardi schaut schlecht aus Ne ich kann aber Französisch Ja ne ich kann aber Französisch Ja ne kaum was los schießt raus Das wie Dania Wow ganz gut hier Ne Wie nach Rui Da war ich Da war ich Da war ich glaube ich beeilend oder so ne Ja Da war schnell schnell Aber ich weiß was äh schnell 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 nachladen heißt auf Französisch Soll ich hier runter jetzt? Soll ich jetzt hier runter jetzt? Ah stimmt warte mal ist ähm wie hat das unser Leer äh wie hat der Ja was hat der denn die ganze Zeit rausgehauen unser Ja äh Mh Balleri Valera sag ich nur Er soll ich runter hier kommen und dann wollen wir vielleicht weiter Ja Hier liegen G17 Magazine ich nehme glaube ich die Waffe mit Ja ähm soll ich die Story mit der Klasse noch mal raushauen? Das hat er mir vorhin mit diesem Tickenkrieg erzählt Ja Ich hab' ich gesagt in der Zeit Geile ich war am besten von der Team Alter Oberst cool da Oberst cool Alter Zeit mal bitte kurz leise Ich hab' ihn grad in einer Ferne was explodieren hören Ach du Scheiße Ach du Scheiße Die Explosion in der Sente hört sich krass an Kann auch von mir kommen Ja aber das hat Ey es gibt irgendwas Er fiegt das gar nicht so weit weg Das ist doch möglich oder? Was ist denn da explodiert alter? Äh ich war schon auf dem Server Es ist ein Tank explodiert Und das war laut Ja das ist doch nicht Balleri Valera Mh damit geht da unser hier Schulleiter und einer Klassenkameraden übe jetzt auf die Eier Was? Ey CT soll ich euch mal was sagen? Dass ich verrückt bin das weiß ich schon lange Nein Nein Vor Taget haben wir doch von SIPSLB dieses Lollipop gesungen Ne? Und? Das hab ich grad bei Google Übersetzer eingegeben Und? Das müsst ihr mal anhören Das sind wir behindert Ich bin voll behindert Ähm ich gucke jetzt noch schnell die Fahrzeugplätze durch Howdy ja Ich seh dich keine Sorgen Ich hab dich wieder nicht sehen Naja nicht abdrücken wie gesagt Okay Also nach der Karte zu erteilen müsste hier der Helikopter stehen Wo ich jetzt grad bin Da ist nix Ohhhh Fehlerinformation Ähm Hier in den Kasernen müsste das Auto stehen Es steht auch nicht da Und jetzt haben wir noch die Chance auf dem Bus Ja ob es da sein wird Ich hab dich verloren Ja ist scheiße Ach Ich hab so Panik dass ich jetzt einfach so gekillt werde Scheiße Ma ich hasse Warfight Alter Da umsteht was Oder irgendwie ja So Auf dem Berg äh Richtung Wald Wenn du Warte Über das ganze gesamte Feld guckst wo du mich verloren hast guckst du in den Wald da rein Ich seh ja nix Ich seh ja nix Scheiße Da steht echt was Was Ich hab was gesehen Ich kann schwören Alter Ich hab nicht den Slenderman oder so gesehen sondern Spieler Oh warte 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 Fuck Da war grad was auf jeden Fall Da war grad was Ich leg mal ganz kurz auf Ja mach das Na äh Bitte Ach scheiße Da war grad was ist wieder weg gespawnt Oder war das jetzt die Textur Aber ich glaub komm dass es enthält Ich glaub komm Warte Was ist jetzt Warte Zombie oder Oder Zombie oder Spieler Weiß grad Weiß grad Weiß grad Rauschen Sorry Trotzdem Na ja Wir haben grad keine Fuck Ich komm zu dir zurück Ja noch ist alles clean Aber morphin liegt ja nicht rum wir sind nicht am Krankenhaus so ne verdammte Scheiße Ich mach mal jetzt Äh Janek äh